Ich, der Sohn des Teufels, bin auf die Erde geschickt worden, um die Menschen an meinen Vater und seine Macht zu erinnern. Ich soll ihm ein Schüler sein, und ich werde ein guter Lehrling sein. Ich werde seine Macht, welche zugleich meine ist, an den Menschen in meiner Nähe vollführen. Seien sie Zufallsbekanntschaften, seien sie mir nahestehend. Ich werde töten, um des Tötens willen. Ich werde Böses vollbringen, um des Bösen willen. Wenn ich will, wird alles erzittern. Alles wird sich ängstigen, und ich werde mich daran laben. Mein Vater und mir werde immer da gedacht. Mein Name ist Lucius. Hahaha… Hehehehe!